Heute bei CT-Uplink Mini-PCs, die wenig Platz wegnehmen und trotzdem alles können. Viel Spaß, bleibt dran! CT-Uplink Moin Moin, herzlich willkommen bei CT-Uplink aus der CT-Redaktion. Heute kümmern wir uns um Mini-PCs und machen eine schöne Kaufberatung, damit ihr den besten Mini-PC für eure Zwecke findet. Eingeladen haben wir Christian Hirsch, Carsten Spille und Benjamin Kraft. Hallo! Ja, Mini-PCs, wir haben ein paar hier aufgebaut, die gibt es ja von verschiedenen Herstellern. Wofür eignen die sich? Was kann man damit machen? Oder was kann man damit nicht machen? Also ich fange mal an. Was man damit nicht machen kann, ist irgendwie eine dicke Grafikkarte direkt einbauen, zum Beispiel, um schnelle Spiele in 4K zu spielen. Ansonsten, glaube ich, kann man, je nachdem welchen man kauft, so ziemlich alles damit machen. Grafikkarten-PCs werden dann so ein bisschen größer. Also Mini-PCs haben den Vorteil, die sind, weiß ich nicht, so 20x20 cm oder ein bisschen weniger. Da passt keine Grafikkarte rein. Man kann die irgendwie hinter einem Monitor bauen oder unten in seinem Kabelkanal im Tisch. Also die ganzen PCs kann man hinter dem Monitor bauen, nicht die Grafikkarten dazu. Die meisten, die verschwinden dahinter. Die meisten Mini-PCs sind ja kleiner als eine Grafikkarte, deshalb. Gibt es welche mit eingebauter Grafikkarte, Grafikchip? Ja, von Sotec gibt es die Magnus-Serie und auch von anderen Herstellern auch. Da ist dann sogar diese Mobil-Grafikkarte drin. Das geht dann auch bis irgendwie RTX 4070 so im Level. Also da kann man dann auch gut spielen mit. Aber die sind dann halt deutlich größer. Genau, die sind schon eine Ecke größer als das. Wir haben hier zum Beispiel der kleinste, den wir jetzt auf dem Tisch liegen haben. Der ist vielleicht so daumenbreit und, naja, so ein bisschen größer als eine Zigarettenschachtel, würde ich sagen. Also schon sehr klein. Und da kommt man mit solchen mit Grafikkarten nicht hin. Also hauptsächlich eignen sich die Mini-PCs schon für Leute, die wissen, dass sie keine spezielle Grafikkarte brauchen, nicht allzu anspruchsvolles Gaming machen und beim Videoschnitt irgendwie keine Grafikkarte. Genau, beim Videoschnitt viel Zeit haben. Ja, genau. Oder viel Kaffee trinken wollen. Oder über Nacht. Oder wie auch immer. Also für 99 Prozent der Anwendungen reichen die Mini-PCs also so ungefähr. Wenn man sich den entsprechenden Mini-PC aussucht, ja. Es gibt da natürlich auch große Unterschiede zwischen schnell und langsam. Also den, den ich gerade hochgehalten habe, der verzichtet auch auf den Lüfter. Der hat ganz wenig Stromverbrauch beziehungsweise Leistungsaufnahme für die, die darauf Wert legen. Und deswegen ist der halt sehr, sehr klein. Aber entsprechend auch ziemlich lang da. Okay. Was gibt es an kleinen und langsamen? Gibt es da Empfehlenswerte? Was gibt es für Hersteller? Also der, den ich gerade gezeigt habe, der kommt aus China. Den haben wir über, ich glaube, über Amazon sogar bestellt. Ansonsten gibt es klassischerweise die Intel NUCs. Die sind auch sehr klein. Die hat Intel allerdings gerade quasi aufgegeben und an Asus, an Asus übertragen. Und die neue Serie kommt jetzt im Sommer irgendwann. Ja, mal Juni. Und da sollte dann auch aktuelles Innenleben drin sein, sodass die dann wieder einigermaßen performant sind. Was heißt einigermaßen performant bei NUC? Ja, na, das ist halt für Desktop-Level, also da sind zwar Core i5, Core i7 Mobilprozessoren in der Regel drin, bei so dieser Mittelklasse. Aber das ist halt, weil die ein geringeres thermisches Budget haben, weil die Kühler ja viel kleiner sein müssen, wegen der Größe, ist das halt ungefähr so mit Core i3-Level bei einem Desktop-PC vergleichbar in der Regel. Also man muss mal ein bisschen aufpassen, diese Produktbezeichnung, das ist nicht direkt vergleichbar, weil, das hat mir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, in den meisten Mini-PC steckt gar nicht so ein austauschbarer Desktop-Prozessor drin, sondern eingelötete Mobilprozessoren. Weil im Prinzip ist das eigentlich nur Notebook-Technik ohne Display und Tastatur in kompaktem Format. Und ohne Akku. Und ohne Akku, genau. Genau, und daraus, Entschuldigung, du hast ja noch gar nicht gemacht. Daraus ergibt sich, die Mobilprozessoren, wie du sagst, haben ja die gleiche Typenbezeichnung, also i3, i5, aber sind ganz anders aufgeteilt, haben also auch Performance- und Effizienzkerne, aber bei den Notebooks sind es oft so zwei oder maximal vier Performance-Kerne und ganz viele Effizienzkerne, wenn überhaupt. Also wenn viele, dann Effizienzkerne, so. Und das gilt eben auch für die Mini-PCs dann. Genau, die benutzen eben diese, der hier zum Beispiel hat, ich glaube, zwei Performance-Kerne. Performance-Kerne und acht Effizienzkerne. Und die Performance-Kerne können dann noch Hyper-Threading, sodass er auf insgesamt 20, mehr Quatsch, 8 plus 2 plus 2 Threads kommt. An der Typenbezeichnung des Prozessors kann man es ja nicht direkt ablesen, man muss die ja auswenden, also die Zahl der Kerne, die kann man nicht direkt ablesen. Nein, das ist sehr schwierig. Vor allem, weil sich das von Generation zu Generation auch unterscheidet. Ja, und in den Werbeprospekten steht immer mal gerne 20 Kerne oder 24 Threads. Da weiß man halt aber von dieser Angabe alleine noch nicht, sind das jetzt ganz viele E, also die Effizienzkerne, die auch viel langsamer sind als die P-Performance-Kerne. Oder ist da halt auch genug Performance drin? Da kann ich übrigens spoilern, es wird in einer der nächsten CT-Ausgaben ein Mobil-CPU-Round-Up geben, wo genau diese Fragen alle geklärt werden. Ach cool, oh ja, das ist spannend. Kann man an der Typenbezeichnung immerhin erkennen, dass es eine Mobil-CPU ist? Da muss man halt schon ein bisschen reinschauen, also die Mobil-CPUs haben meistens ein U oder ein P als Buchstabe drin, aber man muss sich da schon rein. Ja, und sie sind vierstellig, die aktuellen jetzt. Das, nee, es gibt auch dreistellige Mobil-Prozessoren. Gut, aber auf dem Desktop hast du immer 10.000er, also 14.000 irgendwas. Auch nicht mehr. Wus? Na, in 100 lasse ich jetzt nicht gelten. Nee, aber Coreltra, wie gesagt, wird er nicht. Auch die Leck-Reihe hat ja doch nur vierstellige Cores. Genau, es gibt auch vierstellige, also wie gesagt, und dreistellige, also das ist auch fünfstellige. Also ich würde nie auf die, also ganz ehrlich, bei Prozessortyp-Bezeichnungen gibt es nur eine Aussage, es gibt keine Logik. Und deshalb würde ich auch nicht anfangen, irgendwelche Konstrukte aufzubauen, die dann im Einzelfall nicht stimmen. Also das Wichtigste immer ist, es ist ein U, ein H und ein P, das sind so die typischen gängigen Kürzel für Mobil-Prozessoren. U ist dabei, kann man vielleicht auch noch sagen, das sind die typischerweise mit der niedrigsten TDP-Klasse, also die am wenigsten Leistung verbraten dürfen. Das heißt, der Kühler kann dadurch leiser sein, aber natürlich ist die Performance geringer. Danach kommt H, glaube ich, und die schnellsten Kerne sind die P's. Also die haben die meiste Leistungsaufnahme und haben dann ein P in der Typenbezeichnung. Also Core i5, irgendeine Zahl, P. Ändert sich aber auch jedes Mal, gibt es auch keine Logik. Hat Intel, glaube ich, bei der letzten Generation wieder komplett rumgedreht. Und deshalb, wie gesagt, das ist echt ein Thema für eine eigene Folge. Das ist eben eine blaue Infografik. Oh ja, die können wir auch mal machen. Das heißt, im Zweifel solltet ihr davon ausgehen, dass in den Mini-PCs Mobiltechnik drin ist und das dann eher mit Typenbezeichnung von Notebooks vergleichen oder lieber direkt ganz genau nachgucken, was dann wirklich drin steht. Ja, also man kann an dieser Typenbezeichnung, die kann man, Intel hat eine Datenbank, da stimmen zwar nicht mal alle Details, aber die Kernzahlen stimmen meistens, die kann man unter ARK, also ARK.intel.com aufrufen. Und da gibt man dann diese Typenbezeichnung ein und da stehen dann zumindest die Kernzahlen recht verlässlich drin. Also wenn man im Supermarkt oder im Elektronikmarkt vor dem Rechner steht, kann man das am Smartphone mal schnell nachschauen. Okay, ihr redet immer nur von Intel. Gibt es auch Mini-PCs mit AMD? Selbstverständlich, also gibt es auch mit den RISE-Mobilprozessoren. Und da gilt das Gleiche, also da sind auch Mobilprozessoren drin und aus dem Namen kann man auch nicht unbedingt erkennen, wie viele Kerne. Ja, das ist nicht ganz so verwirrend. Die sind immerhin alle vierstellig bis jetzt, die Zahlen. Und da gilt größtenteils, je höher, je schneller die Zahl. Und natürlich haben die auch solche wie Core i3, Core i5. Gibt es Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. Die haben dann auch steigende Kernzahlen. Und das ist auch ungefähr vergleichbar. Das heißt, mit so einer Dreierklasse kann man Büroaufgaben prima erledigen. Mit Fünfern geht alles ein bisschen besser. Und Siebener ist so ungefähr das Schnellste, was dann in den Mini-PCs gilt. Ja, grob kann man das so sagen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Serien. Ich weiß nicht, wie tief wir jetzt ins Detail gehen wollen wieder bei Prozessoren. Und das ist halt echt komplex, weil teilweise werden auch Desktop-Designs ins Mobile zurückportiert. Das ist halt für die Gaming-Laptops. Oder dann, wie gesagt, jetzt hier in Mini-PCs sind die eher weniger vertreten. Aber grob kann man das schon so sagen. Wie erkennt man die noch Langsameren? Es gibt doch von Intel und AMD noch Langsameres. Kann man die grob am Namen erkennen und dann vermeiden? Oder nur nehmen, wenn man wirklich geringe Anforderungen hat? Die kann man eigentlich ganz gut erkennen. Also bei Intel ist das, früher waren das die Pentium und Celeron N und J. Jetzt inzwischen heißen die nur noch Intel-Prozessor N. Und dann zum Beispiel N95, N100. Da sind quasi nur diese sparsamen E-Kerne drin. Bei AMD ist es ein bisschen schwieriger zu erkennen. Da muss man dann an der vorletzten Stelle schauen, welche Generation der Prozessor ist. Also da gibt es zum Beispiel die 70-20er-Serie. Das ist dann Zen-2-Architektur. Das ist halt schon sehr abgehangen. Dann gibt es die 70-30er. Die sind ein bisschen moderner. Aktuell ist es, glaube ich, so die 80-40er, wo dann Zen-4 drin ist. Da ist es halt, wie gesagt, eigener Artikel, eigene Folge. Das ist sehr komplex. Das ist halt, was ich immer sage, anhand Prozessorbezeichnungen kann man eigentlich, wenn man nicht Profi ist, so gut wie nichts ablesen, weil es alles Inkonkurrent ist, sich widerspricht teilweise. Und man muss halt elendig lange Tabellen führen und gucken, welche Zahl, was bedeutet das jetzt. Okay, ist also schwierig. Also vor allem bei sehr billigen Mini-PCs muss man dann sehr genau recherchieren, ob die überhaupt was taugen. Ab wie viel Euro würdet ihr ungefähr einsteigen, bei welch die einigermaßen leistungsfähig sind? Also die Preise sind ein bisschen gestiegen in den letzten Jahren, habe ich so das Gefühl. Also es wird schwer unter 300 Euro eigentlich was. Wo man sagen kann, damit kann man auch drei, fünf Jahre lang, ohne dass man jetzt irgendwie ins Ruckeln kommt oder wo es langsam wird. Also es gibt natürlich China-PCs, die es dann bei AliExpress oder Amazon Marketplace oder so gibt, die günstiger sind, da ist natürlich dann das Problem, diese Elektrogeräte-Rücknahme-Verordnung erfüllen dann die Hersteller wahrscheinlich nicht. Das Problem, was passiert im Gewährleistungsfall? Da hängt ganz viel hintendran, warum die günstiger sind. Das ist die Frage, führen die auch wirklich dann die Steuern ab? Und das ist natürlich jetzt für den Kunden jetzt nicht so das Problem oder für den Käufer. Aber deshalb sind die halt günstiger als eben, sage ich mal, wenn man jetzt klassisch hier bei einem deutschen Händler einen Rechner von einer etablierten, sage ich mal, Hersteller kauft. Aber die CE-Prüfzeichen sind für den Kunden tatsächlich doch relevant. Also mit der Steuer hast du natürlich recht, da ist der Kunde nicht schuld, wenn da Steuerhinterziehung betrieben wird. Aber so ein CE-Zeichen, wenn das nicht aus einem europäischen Lager kommt, sondern aus China versteckt wird und der Zoll guckt mal rein, das kommt nicht in die EU, das wird beim Zoll vernichtet und dann sitzt man da und hat keinen Rechner mehr. Und kein Geld. Und kein Geld. Zum Geld wollte ich auch noch sagen, es hängt ja ein bisschen davon ab, was du dir anschaust. Wir reden jetzt hier immer so allgemein über Mini-PCs, aber da gibt es ja die fertigen, also wie dieses kleine Kästchen, ich weiß nicht, das war so 250, glaube ich. Aber da ist auch alles drin, wenn auch langsam. Da ist Speicher drin, also Festspeicher, RAM, CPU, Betriebssystem war, glaube ich, sogar dabei. Da ist sogar eine Windows Pro-Liefer. Genau, das ist etwas überraschend gewesen. Aber wenn man sich dann andere Geräte wie den Nook dort anguckt, der vor Christian steht, dieses kleine schwarze Kästchen, was er jetzt mal kurz in die Kamera hält, das ist ein sogenannter Barebone. Das heißt, da ist der Prozessor drin und die Platine und ein Lüfter. Was man noch dazufügen muss, ist eben RAM und irgendein Speicher, sei es eine M.2-SSD oder ein klassisches 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk, wenn man das möchte, das muss man noch mitbringen und natürlich eine Betriebssystemlizenz. Das musst du möglicherweise noch dazurechnen, alles. Also das heißt, so ein Nook fängt, glaube ich, bei 350 etwa Pi mal Daumen an. Das ist dann die i3-Variante. Aber eben noch ohne Speicher, ohne Festspeicher, ohne Betriebssystem. Wobei es die aber auch als Komplett-PC gibt. Die kosten dann aber nicht 350, die kosten dann eher so 500. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ältere Nooks gab es auch mit den von Christian angesprochenen, Pentium N und Celeron J, die kosten dann auch nur so 120, 150 Euro. Da denkt man dann, oh prima, günstig ist ein Nook. Habe ich mal was Gutes drüber gehört. Aber die sind dann halt genauso langsam wie die billigen China-PCs. Oder noch langsamer, weil sie noch älter sind und eigentlich Restposten im Moment. Gut, aber wenn man sich einen kompletten kaufen will, wo schon alles drin ist, gilt das dann auch, dass es bei 300 Euro losgeht? Für den halbwegs vernünftigen? Also ich glaube, da würde ich auch bei 500 eher einsetzen. Ich überlege gerade, den hatten wir vor einem Jahr im Test. Ich glaube, der lag so bei 800 Euro. Das ist, wie gesagt, da ist eine, ich glaube, 60 GB RAM-Bahn drin und eine 256 oder 512 GB SSD und ein Windows halt. Und bei dem, bei HP und Dell, das ist jetzt ein HP-Gerät, und Lenovo und Co. hat man natürlich auch immer eine gewisse Gewährleistung. Man hat deren Softwareportale. Unter Windows ist oft eine Software installiert, die eben Routine-Wartungsaufgaben übernehmen kann, wie BIOS-Updates einspielen, Treiber aktualisieren. Also all die Sachen, die man als Benutzer vielleicht gerne mal abgibt, aber auch vergisst, die aber nicht unwichtig sind. Und überhaupt ist in der Regel so eine Gewährleistungsabwicklung bei solchen großen Herstellern doch reibungsfreier. Dafür bezahlt man eben auch ein bisschen mehr, möglicherweise. Aber hat vielleicht auch im Wiederverkauf da eine größere Chance. Oh, dazu möchte ich gar nichts. Ja, doch, dazu kann ich was sagen. Das ist auch Radex-Kurs. Also solche Geräte, Dell, HP, Lenovo, stehen natürlich hauptsächlich in Firmen. Und Firmen schreiben die ja ab. Und dann verkaufen die dir eine sogenannte Refurbisher. Und da kann man, das ist ein Tipp, wenn man jetzt nicht so viel Geld ausgeben will und vielleicht nicht das alleraktuellste Gerät haben will, kann man sich bei diversen Refurbishern, da gibt es Itesco und AFB24 und noch ganz viele andere, Green Panda und wie sie alle heißen, die diese Rechner aufkaufen, dann quasi aufarbeiten. Da gibt es natürlich welche, die kaputt sind. Die werden natürlich dann entsorgt oder als Ersatzteilspender genommen. Die bekommen dann alle eine frische SSD, weil die Firmen natürlich ihre Datenträger nicht rausgeben. Da gibt es dann auch spezielle Windows-Lizenz für, die Microsoft anbietet für Refurbished-PCs. Und da kann man dann auch für schon ab so 150, 200 Euro einen brauchbaren Büropäziger kriegen, mit zwölf Monaten Gewährleistung zumindest für Gebrauchtrechner. Und da kann man auch ein Schnäppchen machen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, da reinzuschauen. Die haben auch regelmäßig irgendwelche, wahrscheinlich immer, wenn sie richtig Ware reinbekommen, große Aktionen oder zu Ostern oder hier oder da. Und die Gewährleistung ist natürlich auch echt ein großer Punkt, wo man, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, wo man aufpassen muss, ist, wenn man Windows benutzen will, dass man die richtige Prozessor-Generation dabei kauft und nicht irgendwie sich da in dieser Kasse reinkauft und nur noch mit Windows 10 am Ende arbeiten kann. Also das heißt, konkret ab der Core i 8000 bin ich ziemlich sicher und Ryzen 3000? Also mit 3000 ist man auf der sicheren Seite. Und ich glaube, auch drunter will man heute gar nicht mehr, unbedingt, weil es dann doch ein bisschen zäh wird. Wenn man natürlich jetzt nur was, sage ich mal, für Linux sucht oder so als kleiner Steuerrechner oder so, dann kann man natürlich auch günstiger sein. Dann ist das kein Problem. Wenn man aber Windows 11 und Windows 10 hat, glaube ich, nächstes Jahr 2025, Ende des offiziellen Supports, dann gibt es auch keine Sicherheitsupdates mehr und so Zeug. Also da sollte man dann schon drauf achten, ja. Aber was du sagst, so Steuerrechner, da gibt es natürlich auch schöne Schnäppchen. Ein Kollege hat mir neulich davon erzählt, dass er einen gefunden hat und total happy ist. Das ist wirklich so ein 7-Watt-PC, glaube ich, so. Das kriegen ja die Hersteller gut hin, wenn sie genau wissen, welche Hardware sie einbauen. Und damit betreibt er, glaube ich, seine Heimautomatisierungssachen und ist super glücklich und frickelt dran rum. Da läuft ein kleines Linux drauf, ja. Eine Sache vielleicht noch zu den Gebrauch-PCs. Da muss man halt immer darauf achten. Deswegen testen wir die auch relativ selten und eher stichprobenartig, weil das halt immer Postenware ist. Da kommt dann der Refurbisher, kauft, weiß nicht, 10.000 Stück von Lenovo. Lenovo ist irgendwelche Geräte, die dann bei einer großen Firma im Einsatz waren. Und wenn die weg sind, sind sie weg. Genau. Und so ein Test bringt gar nichts, weil dann kommt vielleicht raus, das ist ein tolles Gerät. Also ein Test von uns bringt gar nichts, weil da kommt raus, das ist ein tolles Gerät. Aber keiner kann es mehr kaufen. Da können wir nur generell hauptsächlich sagen, wie stellt sich dieser Refurbisher an? Wie kommen die Geräte an? In welchem Zustand? Gibt es Probleme mit irgendwelchen Treibern? Oder was auch immer. Also da kann man wirklich nur eine Momentaufnahme machen. Aber generell können wir zumindest sagen, ich meine, das ist eure Erfahrung bei den Mini-PCs, das ist bei uns im Ressort die Erfahrung auch mit Smartphones und Tablets. Die Refurbisher sind immer eine gute Möglichkeit. Man kriegt im Großen und Ganzen hervorragende Geräte, weil die eben auch einen Namen zu verlieren haben. Und beim Support strengen die sich genauso an wie Neuwarehersteller. Manchmal sind es ja sogar die gleichen Leute. Also bei einigen großen Neuware-Versendern kriegt man ja auch Gebrauchgeräte. Und man muss ja auch nicht immer nur wegen des finanziellen Aspekts daran gehen und sagen, da kann ich ein bisschen Geld sparen. Man kann auch einfach sagen, da kann ich ein bisschen Elektro-Short vermeiden, wenn ein gebrauchter PC für mich durchaus noch reicht. Genau. Als Marken habt ihr HP, Dell, Lenovo genannt. Als die Großen gibt es kleine Marken, wo ihr auch sagen könnt, da kann man so bedenkenlos oder relativ bedenkenlos zugreifen. Hat eigentlich ganz viel. Also Asus hat ja die Nux übernommen. Bisher gibt es immer noch im Handel die Intel Nux, aber werden nicht mal neu produziert, sondern stattdessen jetzt unter Asus-Branding. Aber das ist die gleiche Abteilung, die gleichen Leute. Wahrscheinlich die gleiche Fabrik. Ja, ja. Dann MSI gibt es, also Gigabyte, Asus. Also diese taiwanischen Hersteller haben auch alle ein Angebot. So-Tech als Asrock. Für Industrie-PCs hauptsächlich, aber die kann man halt auch im freien Handel kaufen. Shuttle gibt es noch, glaube ich. Ja, Shuttle ist sehr spezialisiert auf Business-Geschichten. Elite Group. Elite Group, ECS. Und dann gibt es noch ganz viele dieser neuen chinesischen Hersteller, die ich jetzt alle nicht auf dem Schirm habe. Die wechseln auch gerne mal die Namen durch, wenn der eine Brand verbraucht ist oder verbrannt ist. Ja, und dann gibt es noch diese komische kleine Firma mit diesem angebissenen Fruchtkörper drauf. Stimmt, die haben wir ganz vergessen. Ich weiß nicht, ob die sich durchsetzen werden. Ja, da haben wir auch hier einen stehen von. Ja, die machen mit dem Mac Mini, haben die ja auch sehr super leistungsfähige Mini-PCs. Also ich glaube unter den Mini-PCs eigentlich fast die leistungsfähige. Ja, und der Urvater. Ich glaube, Apple war ja mit die Ersten, die sowas in der Form, zumindest im großen Stile. Also Prototypen gab es bestimmt schon vorher von anderen. Aber die Mac Mini ist ja, ich weiß nicht, 20 Jahre oder so. Könnte schon fast hinkommen. Noch nicht ganz. Aber so der Pi mal Daumen. Also den gibt es schon eine ganze Weile. Die sind halt schon lange dabei. Die müssten wissen, wie es geht. Und im Prinzip gilt da das Gleiche. Man kann sie gebraucht kaufen, kriegt noch gute Geräte. Würdet ihr noch Mac Minis mit Intel gebraucht empfehlen oder lieber schon M1 aufwärts? Schwierige Entscheidung. Ich glaube, das ist ein sehr spezieller Anwendungsfall, wo du Software hast, die auf x86, also Intel-Architektur, tatsächlich entweder beschränkt ist oder dort nach wie vor besser läuft. Wobei diese Emulationsschicht Rosetta oder Rosetta 2 konkret ja echt sehr performant ist. Und nicht Intel. Apple hat natürlich auch viel Erfahrung mit diesen Umstiegen. Die machen das echt gut, muss man sagen. Also man merkt davon nichts. Es ist schnell und es gibt, glaube ich, wenige Dinge, die nicht laufen. Ich glaube, die Ausnahme wäre, wenn du wirklich auf einem Intel-PC ältere Software auf einem alten Betriebssystem laufen lassen willst, weil du sagst, ich brauche 32-Bit-Software. Das wurde ja von Apple auch vor, ich glaube, zwei, drei Jahren eingestampft oder vielleicht sogar vier inzwischen. Aber dann braucht man auch ein entsprechend altes Betriebssystem. Aber selbst wenn man das virtualisieren wollte, ist man vielleicht mit einem alten Mac besser dran. Okay. Also meine Erfahrung ist tatsächlich, ich habe noch so ein Intel Mac hier als Arbeitsrechner und der Prozessor ist schnell genug, aber der hat nur 8 GB RAM. Und das stört jetzt eben bei gewissen Sachen. Was würdet ihr bei RAM so empfehlen momentan für aktuelle Software? Also momentan 16 Minimum. Ja. Auch bei Office-PCs, weil das Windows oder das ist jetzt nicht Windows-Bashing, aber moderne Betriebssysteme allgemein haben halt immer mehr Hintergrunddienste, immer komplexer, kommen ja KI-Funktionen und was weiß ich alles dazu. Und dann macht man so ein Braus. Also ich habe halt gerne sehr viele Brausertabs offen. Das wissen meine Kollegen auch, dass da oben immer nur noch die Eichens zu sehen sind. Irgendwann erkläre ich dir das nochmal mit den Lesezeichen. Genau. Ich habe ja mindestens 20, 40, also jetzt letzte Woche hatte ich einen größeren Artikel, da habe ich 80 Tabs offen gehabt in meinem Chrome und das frisst natürlich alles RAM, weil jeder Tab braucht ein paar hundert Megabyte oder so. Bei den meisten Mini-PCs ist der RAM halt aufgelötet, wie in Notebooks auch. Und dann kauft man, das ist jetzt nicht ein eigen, ein originäres Apple-Problem, sondern das ist bei Windows Mini-PCs auch sehr häufig der Fall. Man kauft halt die RAM-Ausstattung, die dann unveränderlich ist und ja, man kann die SSD vielleicht austauschen. Das ist halb und halb. Also die Dinger in dem Format haben tatsächlich genug Platz für SODIMs. Die größeren, ja. Das sind jetzt die größere, so die 20x20 Zentimeter Klasse. Das gilt als Ein-Liter-PC in dem Dreh. Also da kann man oft die Oberschale abziehen und kommt dann ans Innenleben. Das ist oft auch recht unkompliziert. Also zwei Schrauben hinten lösen, dann wie gesagt den Deckel abziehen schon kommt man ran. Viele haben sogar Platz für eine zweite SSD und haben in der Regel zwei SODIMM. Die großen. Ja, ja, die großen, die großen. Diese Ein-Liter-PCs, genau. Ja, wobei die NUCs ja auch alle SODIMM. Die haben halt die NUC-Klasse. Also denn mit NUC sind jetzt, wenn wir von NUC reden, nochmal als Erklärung, sind nicht nur die Intel oder Asus NUCs gemeint, sondern eben auch von Gigabyte MSI, also diese Größenklasse. Das ist halt diese 12x12 Zentimeter. Mir ging es nur darum zu sagen, nicht alle Gekauften sind automatisch mit aufgelötetem RAM und aufgelöteter SSD. Wie gesagt, dieses HP-Gerät vom letzten Jahr, von dem ich vorhin sprach, da kann man nachstecken oder austauschen oder dazustecken. Es gibt auch Kombinationen, wo eine gewisse Menge aufgelötet ist. Man hat da noch einen Speichersockel frei. War nicht der hier auch so ein bisschen lustig? Der hat eine E-MMC und eine SSD drin, dieser Mini-China-PC. Das ist auch eine interessante Konstellation. Genau. Wir haben mit Christoph Windeck eine eigene YouTube-Folge zu diesem Mini-PC gemacht, weil der USB-Power-Delivery kam. Die ist aber, glaube ich, noch gar nicht online. Ich glaube, die geht nächste Woche erst online. Da müssen wir euch nochmal um Geduld bitten. Okay, das heißt, Speicher 8 GB nicht mehr, mindestens 16, eher 32 oder 64. Also wenn man damit arbeiten will, 16 sollte man schon kaufen. Wenn man wirklich den nur als Medienzuspieler für einen Bildschirm benutzen will, dann sind auch 8 okay. Ja, oder Steuerzentrale für Smart Home oder sowas. Aber es geht ja auch um Nachhaltigkeit. Moderne PCs halten ja eigentlich immer länger. Also es ist kein Problem, so NUC fünf Jahre zu nutzen. Und wenn man dann aber eben beim RAM gespart hat, irgendwie 30 Euro oder 50 Euro und dann nach zwei Jahren ist der immer nur am Auslagern und wird langsam, dann ärgert man sich ja. Dann wäre es halt schlau einfach von herein. Die bei ein bisschen mehr RAM ist gerade günstig deshalb. Aber Ausstattung, das merken wir bei den Bauvorschlägen immer wieder, ist unheimlich eine Glaubensfrage. Also wir haben ja die Bauvorschläge für Office, also diesen Mini-PC, der hier vorne vor Christian steht. Genau, den können wir auch mal zeigen. Als Office-PC gemacht und Christian hat gerade aufgefrischt seinen jetzt 15-Watt-PC. 17. 17, Entschuldigung. 17-Watt-PC, also eine Auffrischung vom letzten Jahr. Und das Foren-Feedback war ja auch sehr gemischt, warum man sowas überhaupt machen wolle. Und hier und da und so ganz ist bei manchen im Forum, glaube ich, nicht angekommen, warum wir das machen. Also dass wir einerseits den Mini-PC haben, der ja auch schon im Forum, den habe ich zusammengestellt. Das ist ein 8-Kern-Ryzen mit eben 16 GB RAM und einer TB-SSD, meine ich. Und der sei für Office völlig überdimensioniert. Und warum man sowas mache, wenn man sowas brauche, dann kann man ja einen großen PC bauen. So, jetzt hat Christian genau das gemacht, einen großen PC gebaut, der auch Platz hätte für eine Grafikkarte. Dementsprechend, weil wir ja versuchen, eben mit einem Basisbauvorschlag vieles abzudecken, ein Netzteil hat, was eine Grafikkarte dann auch packen würde. Und schon geht die Diskussion wieder los, warum man sowas mache. Denn dafür reicht doch ein kleiner Office-Würfel völlig aus. Das ist immer so eine Frage, was ist Office? Genau. Darauf wollte ich hinaus. Genau. Also für manche Leute ist das halt mehrere PCs in virtuellen Maschinen laufen lassen. Für manche ist es der klassische, ich sage mal einfach Schwiegereltern-PC, wo einmal die Woche eine E-Mail geschrieben wird oder, weiß nicht mal, ein YouTube-Video geschaut wird oder sowas. Dafür reichen dann natürlich auch sehr leistungsschwache PCs. Ihr habt gerade schon mal was über 17 Watt und 15 Watt gesagt. Was für Leistungsklassen gibt es ungefähr? Also da ist man bei Mini-PCs deutlich drunter. Wir reden ja von der Leerlaufleistung. Genau. Es geht um die Eile-Leistungsaufnahme. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Office-PCs, da gibt es auch Studien drüber. Da habe ich auch schon mit sehr vielen Lesern diskutieren müssen, die das nicht so genau auf dem Schirm haben, die dann immer denken, ein PC läuft quasi dauerhaft auf Volllast. Nein, typische Office-Aufgabe, wenn man halt so tippt oder so, da legt sich der Prozessor zwischen zwei Tastaturanschlägen komplett schlafen. Und deshalb ist der Eidel-Wert, der zu über 90 Prozent der Zeit auch anliegt, einfach der wichtige Wert. Und da sind wir bei Mini-PCs von der NUC-Klasse so bei, die besten sind so bei, glaube ich, 3 Watt, die meisten so bei 5 bis 7 Watt. Also viel Fall im Einstelligen. Was ist das jetzt? Ja, also generell. Also auch der Mac Mini ist ja auch sehr sparsam. Also ich weiß es nicht, wie geht der aktuell? Aber man kann sagen, im Einstelligen-Wertbereich. Also das sind die, die sollten bei Einstelligen-Wertbereich sein. Es gibt natürlich sowas, da ist man dann knapp im zweistelligen, niedrigen zweistelligen Bereich. Hat aber auch natürlich mehr Flexibilität. Und dann ist der Monitor im Prinzip das Entscheidende. Der hat ja, was brauchen Monitore, wenn sie einfach nur was anzeigen? Dürfen wir eher so bei 20 bis 40 Watt liegen? Ja, je nach Größe. Ich denke, das kommt hin. Also 15 bis 45 bei üblichen Größen ab, ich sage jetzt mal, 27 Zoll aufwärts. Ich glaube, kleinere haben wir länger nicht mehr getestet, weil das, ja, ich meine, nur die Firmeneinkäufe, die machen das noch. Also typischer Büroarbeitsplatz, da geht eine Firma gerne hin und sagt, ach, 24 Zoll, das reicht. Wenn man Glück hat, 19, 20 mal 10, 80 Punkte. Haben wir auch noch genug hier. Ich habe noch 22 Zoller gesehen, als ich hier angefangen habe. Aber so ergonomisch denke ich, 27 Zoll aufwärts oder 34 Zoll mit ein bisschen mehr Platz an der Seite. Aber ja, die Leistungsaufnahme kommt hin. Auch generell, wer glaubt, irgendwie ein großer Monitor und ein Mini-PC passen nicht zusammen, das ist doch Quatsch. Inzwischen ist es nicht mehr ein Problem. Früher hatten wir tatsächlich sehr schwache Grafikeinheiten da drin oder nicht den richtigen Displayanschluss, dass irgendwie die Auflösung nicht bedient werden konnte oder nur bei 30 Hertz, was dann selbst bei einem Flachbildschirm ganz schön anstrengend werden kann, wenn man das Bild, wenn man ein Explorer-Fenster verzieht über einen Desktop, dann hüpft es ein bisschen. Also ich bin da ein bisschen empfindlicher für als vielleicht andere. Aber so moderne, alles was hier steht, kann glaube ich 60 Hertz bis zu VK mindestens. Und das Thema ist eigentlich seit fünf Jahren durch. Die modernen, also die besseren ausgestatteten haben dann auch Thunderbolt. Also da kann man dann auch richtig große Technik und hinten dran noch ein Laufwerk und was weiß ich dran hängen. Also die Ausstattung, das muss man auch mal sagen, ganz einfach, also das haben wir glaube ich noch nicht gesagt, also diese Mini-PCs bei der Ausstattung von der Art der Schnittstellen können die durchaus mit groß mithalten oder übertrumpfen die sogar, weil die meisten haben alle WLAN schon integriert. Die haben Thunderbolt, das ist bei vielen Desktop-PCs gar nicht der Fall. Thunderbolt 3 oder 4, dann? Je nachdem. Je nachdem, das hängt von der CMU-Generation ab. Das ist ja meistens heute im Prozess schon integriert. Wir sind da gerade so ein bisschen im Übergang. Also noch viele mit Thunderbolt 3 auf dem Markt, aber auch schon einige mit 4. Genau, dann haben die teilweise vier Display-Ausgänge, was auch nicht gängig ist bei, also Rechner mit integrierter Grafik bei großen. Bei Grafikkarten schon, aber, also die können da durchaus mithalten. Das ist jetzt nicht so, dass man sich da in der Form einschränken muss, was Schnittstellen. Aber da gibt es halt auch große Unterschiede. Da muss man einfach mal entweder selber angucken oder am Datenblatt mal durchzählen, wie viele USB-Ports. Da verdut man sich gerne mal, denkt man, ach, da brauchen wir nicht so viele. Aber dann hängt dann doch noch das Mikrofon oder die Webcam, Maustastatur sowieso vielleicht, wenn sie nicht drahtlos dran sind. Also das geht schnell. Apropos drahtlos, Bluetooth haben die alle wahrscheinlich. Wenn sie WLAN haben, haben sie auch Bluetooth meistens. Die meisten haben ja WLAN. Die haben so gut wie alle. Also ich habe schon lange keinen mehr gesehen, der das nicht hatte. Ihr habt gesagt, 4K, 60 Hertz können die im Prinzip alle seit vielen Jahren. Es gibt ein paar Monitore mit diesen 5100 irgendwas. Können die das dann auch bei 60 Hertz? Also die aktuellen integrierten Grafikeinheiten können ja 8K. Und das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt vor drei Jahren oder so. Also ich glaube auch da würde ich eher auf den DisplayPort-Standard beispielsweise oder HDMI gucken. Die Grafikkerne, also die GPUs können es per se. Aber ich habe schon Kombinationen gesehen, wo du dann eine große Auflösung entweder am Monitor hast, aber halt einen veralteten Eingang oder umgekehrt die Grafikeinheit könnte es, aber hat nur einen alten DisplayPort 1.2, wo das vielleicht nur mit, ich weiß es jetzt aus dem Kopf ehrlich gesagt nicht, 1.4 wäre auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Aber wie gesagt, da muss man das bei einem Hersteller mal nachschauen. Aber in der Regel die modernen Prozessoren können alle so leistungsfähige Grafikeinheiten, also leistungsfähig sind nicht von 3D, aber für Displayauflösung, dass das kein Problem ist und auch mehrere Displays, wie gesagt, in hohen Auflösungen einsteuern können. Und auch Videodarstellung ist seltenst ein Problem, auch in hohen Auflösungen, weil das macht nicht die integrierte, also es macht schon die integrierte Grafik in gewisser Weise, aber eben wiederum nicht der 3D-Part, sondern da gibt es eigene Deko dafür, sodass da auch der Prozessor meistens entlastet wird. Da sind also auch Netflix in 4K, sind da in der Regel kein Problem. Okay, Monitor anschließen, haben die auch USB-C oder Thunderbolt dann, sodass man quasi mit einem Kabel Monitor und den USB-Port zum Monitor schicken kann? Ist heute Standard. Das ist quasi bei gerade diesem Gerät der Charme. USB-C mit einem N100 ist halt wirklich der allereinfachste Arbeitsplatz, aber das wäre, wie du sagst, mit USB-Power-Delivery problemlos möglich, über eine Schnittstelle eben alle USB-Daten, Display-Daten und Strom zu schicken. Das ist echt super charmant. WiFi 7, gibt es da schon was? Ist gerade im Kommen. Also die aktuellen, ich glaube die Meteor Lake-Prozessoren, also die aktuellste Intel-Generation, die Q-Ultra, haben das glaube ich wohl mit drin oder dabei, aber da sind die Mini-PCs noch nicht da. Das ist gerade so, das ist so ein bisschen unser Problem momentan, dass zum Beispiel auf der CES, also der Computermesse in Las Vegas, zum Jahresanfang ganz viel vorgestellt wurde und selbst wir haben noch keine Testgeräte bekommen und die kommen alle erst so im Sommer in den Markt. Das ist so ein bisschen so eine Übergangsphase, wobei ich auch sagen muss, ich glaube es werden die wenigsten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt schon WiFi 7-Router zu Hause stehen haben, aber ja, das kommt. Also so einen PC benutzt man ja vielleicht länger als den Router, also wenn man sich dieses Jahr einkauft, über WiFi 7 nachzudenken, also zumindest wenn man nicht per Kabel. Wenn man jetzt keine akute Not hat, kann man genauso gut noch zwei, drei Monate warten, dann sollten die ersten Geräte auf den Markt kommen, aber das werden vermutlich, da sie halt, wie Christian sagt, mit der neuesten Intel-Generation verknüpft sind, werden das dann wahrscheinlich eher etwas höherpreisige Geräte am Anfang sein. Wie sieht es aus mit den Lüftern? Ein paar sehen ja so aus, als wäre gar keiner drin. Wir haben ja ein etwas höheres, so ein 5 cm hohes Gehäuse. Gibt es welche ohne Lüfter? Es gibt welche ohne Lüfter. Wir hatten ja vorhin schon mal angesprochen, die etwas leistungsschwächeren PCs, die kommen in der Regel ohne Lüfter aus. Die Mittelklasse-Dinger, da gibt es sowas, was wir vorhin gesagt haben, die eigentlich leistungsmäßig schon das meiste abdenken, zum Beispiel Core i5, Ryzen 5, Ryzen 7, sowas. Die gibt es sehr, sehr selten mit, mit ohne Lüfter, also mit Passivkühlung, weil da einfach die Abwärme von 15 bis 25 Watt auf dieser kleinen Fläche muss ja irgendwo hin. Das ist jetzt aber die Maximalleistung. Das ist die Maximalleistung. Die Eidelleistung ist dann trotzdem einstellig. Die Eidelleistung ist niedrig, aber der Hersteller muss ja zusehen, dass das Gerät nicht abbrennt oder sich ständig drosselt, wenn der Untervolldass ist. Das passiert ja auch mal. Manchmal merkt man es nicht. Es reicht ja schon, wenn man irgendwelche Webseiten mit zig Animationen drauf hat, dass der Prozessor auch mal ordentlich knüppeln muss oder ein Windows-Update. Das haben viele Leute ja auch in letzter Zeit erfahren müssen, dass das die CPU lange auslasten kann. Das sollte natürlich auch durchlaufen, ohne dass es da irgendwie Drosselungen gibt oder so und der Takt zurückgefahren werden muss. Und von daher geht man eigentlich da meistens auf den sicheren Weg und so Prozessoren in der 15 bis 25 Watt Maximalleistungsklasse, da wird schon Lüfter eingebaut. Also je leistungsfähiger das Gerät, desto Lüfter. Und leider dadurch, dass die Lüfter halt oft sehr flach sein müssen, damit sie in diese Gehäuse reinpassen und sehr klein, weil es halt nicht viel Grundfläche hat, sind die dann auch manchmal recht laut unter Volllast. Also da sind die Geräte natürlich auch unterschiedlich. Es gibt gut Konstruierte, es gibt weniger gut Konstruierte. Manche Leute wohnen direkt an einer vielbefahrenden Hauptstraße und sagen, ach, das höre ich sowieso nicht. Und manche hören die Stecknadel fallen. Also da kann ich nur dazu raten, A, mal unsere Tests zu lesen. Wir testen das ja mal in unserer schallarmen Kammer, die runter bis, ich glaube, 17 Dezibel oder 0,1 Sonen geht. Also da ist es schon sehr leise, man hört das Blut in den Ohren rauschen, wenn man da drin steht. Und im Zweifelsfall einfach mal schauen, wie laut das Gerät dann wird. Und wenn es ganz schlimm läuft, muss man es halt nochmal umtauschen. Es gibt auch einige Spezialanbieter, die Baukastensystemmäßig PCs anbieten, die komplett passiv sind. Das sind zum Beispiel Zeros 7 und Silencium PC. Nur um zwei zu nennen, es gibt noch zahlreiche mehr. Die haben wir aber regelmäßig auch im Test. Bei denen kann man sich eben, wie ich schon sagte, so ein PC im Rahmen dessen, was der Hersteller anbietet, selbst zusammenstellen. Intel, AMD, Mainboard-Auswahl, Schnittstellenauswahl. Aber die haben dann so wirklich große, ich sage mal so, wie der alte Brockhaus, die Enzyklopädie, so groß ist dann so ein, ein so ein Band natürlich nur, so ein PC. Ein ganzer Schrank von Rechner. Ja, aber die Dinger sind dann komplett leise, trotz eben höherer Leistung. Die sind dann aber auch ein bisschen, ich glaube, die laufen dann im Eco-Modus oft auf 45 Watt maximale Leistung. Weil sonst wird es einfach doch zu heiß. Ja, es gibt halt bei den Prozessoren so ein Turbo-Fenster. Genau. Da können die auch mal deutlich über die 15, 25 Watt drüber hinausgehen. Das ist so, das können die Hersteller selber im Rahmen ihres Kühlsystems verändern, den Wert. Das hält Intel den offen. Und AMD, da können auch locker mal 60 bis 80 Watt mal kurzzeitig für 30 Sekunden durchgehen. Aber das wollte ich gerade sagen, das ist meistens unter halb einer Minute. Oft sogar unter einer halben Minute. Und das ist mit einem guten Lüfter dann vielleicht sogar passiv kühlbar? Ein guter Lüfter und passiv kühlbar geht ja nicht. Achso, ein guter Kühlkörper. Ja, also das ganze Gehäuse, das sind wirklich massive Metallgehäuse. Das ganze Gehäuse ist der Kühlkörper. Das heißt, unter Volllast will man es dann nicht unbedingt an der falschen Stelle anfassen. Also insgesamt ist es kein Problem, sonst dürfte man es ja nicht verkaufen. Aber die haben auch ihre heißen Stellen. Die liefern ganz gut Leistung eigentlich insgesamt. Aber es ist eben doch, muss man sagen, eine Nische. Einmal, weil das Ding halt riesig verglichen mit denen, die hier stehen, sind. und ja, es ist hochpreisig, weil es natürlich auch ein sehr kleines Marktsegment, das müssen die sich dann auch bezahlen lassen. Aber auch da ist der Support in der Regel sehr gut, muss man auch mal deutlich sagen. Das ist so ein bisschen, ja, aber so Boutique-Anbieter. Also wirklich schicke Sachen. Man hat die Auswahl und die Komponenten, die sie anbieten, die haben sie natürlich auch miteinander getestet. Das heißt, man kann da jetzt nicht irgendwie was zusammenwürfeln, was gar nicht geht. Ob es Sinn ergibt, ist eine andere Frage. Man kann natürlich immer noch sich selbst ein Bein stellen, aber was eingebaut wird, das funktioniert auch zusammen. Ach cool. Dafür stehen die natürlich gerade. Dadurch, dass sie so schwer sind, kann man sie aber eben zum Beispiel nicht mehr an die Weserhalterung hinführen. Die wiegen dann teilweise fünf, sechs Kilo. Also fast so viel wie ein ausgewachsener Rechner, sind aber deutlich kompakter. Die Apple Mac Minis, die sind doch auch passiv gekühlt, oder? Nee. Das wissen wir nicht. Nein, ich glaube nicht. Die haben Lüfter. Die sind sehr leise, aber sie haben Lüfter. Der steht einen Großteil der Zeit still, meine ich, weil die das nicht so viel zu tun haben. Gerade die kleinen M-Prozessoren. Also die nicht ultra. Ach, da waren sie MacBook Air, die waren die passiv gekühlt. Aber so das, wie heißt der Mac Studio zum Beispiel, der hat ja schon die Pro Prozessionen und der ist ja auch doppelt so hoch wie dieser Mac Mini. Da ist ein großer Kühlkörper drin, der aber auch gelüftet wird. Wir haben hier auch noch einen etwas höheren. Es gibt ja auch diese Mini-PCs, die ein bisschen höher sind. Warum? Das ist eine Besonderheit, das ist ja so ein Bärboden von S-Rock, die Desk Mini-Serie. Gibt es mit Armwege, gibt es mit Intel und das ist von einem Bauvorschlag, den wir mal hatten. Und da ist der so groß wie so eine Tüte Milch, so eine Liter-Packung. Und der Vorteil ist halt, oder nicht der Vorteil, aber der Unterschied ist halt, dass da eine Desktop-CPU reinpasst. Man ist halt viel flexibler, kann den selber bestücken und da kriegt man dann eben auch eine 65-Watt-CPU rein. Und das ist natürlich eine ganz andere Leistungsklasse als 15 bis 25 Watt. Und den meisten Platz braucht dann auch der Lüfter. Richtig, der Kühler ist das dann, der dann den Platz frisst. Auch von Lenovo und HP gibt es ja auch etwas höhere und größere Modelle. Ist dann da auch manchmal eine Desktop-CPU drin? Ja, die haben dann eher sowas wie hier der HP. Die gibt es auch quasi in der Größenklasse mit Desktop-CPU. Hat auch Shuttle, hat auch sowas im Angebot. Das sind dann eben die reinen Business-Serien. Also die, weil da dann auch spezielle Fernwartungsfunktionen und so weiter drin sein müssen. Und die Flexibilität einfach ist, da gibt es halt eben Anbieter, Firma XY, die halt sagt, wir wollen den mit Core i5 haben und die nächste Firma sagt, wir brauchen aber ein i7. Und wie gesagt, wenn es jetzt bei den klassischen Mini-PCs ist ja aufgelötet, dann müssten die halt irgendwie zigtausend verschiedene Bordvarianten vorhaben. Und so können sie dann einfach flexibel je nach Auftraggeber bestücken. Okay. Festspeicher. Da kommt ja SSD mittlerweile rein. Festplatten würde ich ja nicht mehr empfehlen. Nein. Festplatten nicht mehr. Nein, definitiv nicht. Genau. Noch 2,5 Zoll SSDs oder lieber M2? M2. Also M2 ist auf dem Papier schneller, kostet nicht mehr mehr als, nicht mehr unbedingt mehr als eine 2,5 Zoll SSD. Die kann man auch, wenn man will, nehmen, aber es gibt eigentlich keine Vorteile. Das passt nicht in jeden Mini-PC, Entschuldigung, 2,5 Zoll rein, also in diese kleinen sowieso nicht. Und bei den NUCs gibt es halt, oder wie gesagt, wenn ich NUC sage, gilt immer für alle anderen Hersteller auch mit, dieser Größenklasse. Da gibt es halt zwei verschiedene Bauhöhen in der Regel. Die flachen, da passt dann kein 2,5 Zoll rein und die etwas höheren, die haben dann noch Platz für eine 2,5 Zoll SSD. Aber aus Paktibilitätsgründen würde ich einfach einmal M2 kaufen. Wenn man neu kauft, andererseits, wenn man sich einen Bearbone kauft und hat vielleicht vom alten Rechner noch seine 2,5 Zoll SATA SSD, kann man schon auch noch benutzen. Also Hauptsache erstmal SSD, das ist der Riesenschritt von der Festplatte und zwischen SATA und M2 kann man schon auch Unterschiede bemerken und messen sowieso, aber in der Regel hat man die Hauptwartezeit erstmal mit dem Schritt von Festplatte zur SSD überhaupt eliminiert. Und die Größe müsst ihr selber entscheiden. Da kann man eine Minimalgröße sagen für einen Windows-Rechner? Der Windows braucht glaube ich so mindestens 80 GB realistisch, aber wer kauft noch 80 GB SSD? Also ich glaube unter 512 lohnt sich es einfach gar nicht mehr. Also da wird einfach der Preis pro Gigabyte auch immer höher wie bei den kleineren, also eine 128er oder 256er lohnt sich einfach nicht, weil man will ja auch nicht nur, das ist ja nicht wie bei einem Firmenrechner, wo dann nur das nackte Image drauf ist, man arbeitet immer mit demselben Excel oder mit der selben Datenbankanwendung, sondern man sammelt ja auch Daten an zu Hause, wenn es die Fotos sind oder Filme oder irgendwas und also unter 512 GB würde ich da nicht mehr einsteigen, auch wenn es finanziell ein bisschen drückt, das lohnt sich meistens nicht. Das sind dann, da spart man vielleicht 10 Euro und hat nur einen alten Speicher. Okay, also interessant ist das nur, wenn man wirklich gebraucht kauft und alles andere ist perfekt und der Preis ist perfekt und dann kann man immer noch gucken, dass man per USB 3 dann irgendwas anschließt vielleicht. Könnte man machen, ja. Ja, sehr schön. Hier steht noch ein, da steht Chrome drauf. Genau. Es gibt ja auch Mini-PCs ohne Windows, ohne Windows und ohne Mac OS mit Chrome OS, die Chromeboxen, also die meisten kennen wahrscheinlich eher die Chromebooks, also die Notebooks in der Variante, gibt es aber auch eben mehr als Desktop-Variante, die Chromeboxen, ist vor der Technik im Prinzip das gleiche wie in den normalen Mini-PCs drinsteckt, meistens sind es aber eher sehr preisgünstige Modelle, also wo dann eher ältere Prozessoren oder sag ich mal so diese, was jetzt die N-Serie ist bei Intel drinsteckt, Vorteil ist natürlich, also er hat natürlich immer Vor- und Nachteile, aber Vorteil ist einfach, da kann halt nicht viel kaputt gehen, man kann in dem Betriebssystem eigentlich nichts zu schießen, weil du schaltest es ein, dann hast du diese Browser-Oberfläche, kannst es benutzen und wenn irgendwas nicht stimmt, setzt es einfach auf den Werkstatt zurück, die Daten sind eher alle in der Cloud, was dann auch gleichzeitig wieder für manche Leute der Nachteil ist, weil man dann eben sich sehr an Google dran bindet, aber Ja gut, das ist eine philosophische Frage, das muss ja jeder wissen, aber es hat natürlich auch den Nachteil, wenn ich mal eine Störung im Internet habe, dann komme ich auch auf meine Daten nicht ran, also ich kann dann zwar lokale Kopien im Cache bedienen, aber wenn Sachen halt gerade nicht im Cache liegen, im Lokalen, dann Und man muss sich ja auch, genau, man muss sich ja auch gar nicht an Google binden, sondern man kann ja auch an irgendeinen anderen Cloud-Anbieter sich wenden und alles bei OneDrive, Microsoft oder in der Dropbox, aber wie auch immer, es muss halt im Internet, irgendwie muss man einen großen Tech-Giganten musst du vertrauen, hast du da keine Chance. Aber hier braucht man halt definitiv dann einen Google-Account, um das benutzen zu können, und das wollte ich nur damit ausdrücken. Während bei Windows geht es glaube ich noch so, noch geht es glaube ich ohne Microsoft-Account Windows, auch das macht es immer, die machen es immer schwerer. Bei Apple weiß ich es jetzt gar nicht, ob man macOS irgendwie installiert kriegt ohne Apple-ID. Ich glaube, es geht, du kannst die Apple-ID später eingeben oder gar nicht, aber dann kommst du nicht in den App Store ohne ID. Das ist bei Microsoft ja auch so, dann kommst du ja auch nicht da rein. Aber man kann zumindest Windows woanders installieren. Ja, bei Windows kann man zumindest noch ohne Microsoft-Account benutzen, sage ich mal. Das geht halt hier nicht. Darauf wollte ich noch hinaus. Also weniger Flexibilität, ein paar Vorteile, also ein bisschen robuster ist es. Aber jetzt eigentlich ist das ja auch eine Frage, die unabhängig von der Bauform ist. Also die gibt es in Notebook-Form und wenn man einen Mini-PC haben will, hat man, wenn man ihn komplett haben will, eigentlich die Aussage zwischen Windows, Mac und Linux. Also Mac, nur auf der Mac-Hardware. Naja, da gibt es ja noch die Hackintoshes. Es gibt noch die Hackintoshes, dazu haben wir ein Video. Genau. Mit Alex B. haben wir da ein schönes Video, das verlinken wir noch irgendwo. Genau. Ja, cool. Vielen Dank. Habt ihr noch was? Was habe ich vergessen, euch zu fragen? Barebones, genau. Barebones haben wir kurz angesprochen. Da muss man, auch wenn man Speicher und SSD nachrüsten muss, also viel handwerkliches Geschick braucht man dafür nicht. Da muss man in der Regel keine Angst vorhaben, aber man muss halt die Kosten im Blick haben. Das ist dann ein Komplett-PC und ein Barebone preismäßig zu vergleichen, ist dann nicht valide. Und man hat nicht die Garantie aufs laufende System. Also wenn man jetzt ein Komplett-System kauft, dann kann man den Händler sagen, irgendwie gibt es Treibau-Probleme, kümmer dich drum. Beim Selbstbauer ist man selbst der Bauer. Genau. Der Bauer. Ein Nischending hätte ich doch noch, weil wir ja anfangs von den Grafikkarten sprachen. Natürlich kann man auch unter Umständen eine externe, große Grafikkarte anschließen, wenn man nämlich eine Thunderbolt-3-Box sich kauft. Das ist letztlich ein ausgelagerter PCI-E-Anschluss, also PCI-Express. Meistens mit vier Lanes nur angebunden, das ist der Nachteil. Aber wenn beispielsweise so ein Mini-PC eben einen Thunderbolt-Anschluss hat, Ausgang, dann kann man diese Box über das Kabel anschließen, in die Box eine Grafikkarte stecken und dann kann es zum Beispiel beim Rendern beschleunigen. Und den Monitor schließt man an diese Box dann an. Also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder so oder es wird halt hin und her sozusagen in die Daten geschoben. Sinnvoller ist es tatsächlich an die Box anzuschließen. Das ist dann wieder so dieses Docking-Prinzip. Ich lasse meine Grafikkarte da und mein Notebook kommt mit mir und wenn ich dann am Arbeitsplatz bin, schließe ich alles an diesem Thunderbolt-Dock mit der Grafikkarte drin an. Achso, das heißt man könnte Mini-PCs oder Notebooks an so einen Grafikkarten Thunderbolt-Dock anschließen. Aber das wäre so ein externer Grafikturbo, wenn man möchte. Wie gesagt, die Begrenzung ist die Schnittstelle, also die Daten zwischen dem Gerät, welcher Art auch immer und der Box hin und her zu schicken, geht eben nur mit Thunderbolt 3 ist PCIe 2? Nee. 3? Aber wie viele Lanes? Auch nicht so viele. 4. Also wenn man bedenkt, normalerweise haben Grafikkarten eben 16 Lanes, dann ist der Datenverkehr ein bisschen gebremst. Finde ich aber aus Praktabilitätsgründen irgendwie schwierig, weil in genau der gleichen Größe dieser externen Grafikkartenboxen kriegt man auch Mini-PCs mit nur Mobil-Grafik-Chips drin, die genauso leistungsfähig sind. Und wenn man es nur wirklich selten braucht, je nach Datensicherheitserfordernissen, kann man ja auch einfach einen Cloud-PC mieten. Man kann sich ja auch eine virtuelle Instanz irgendwo in einer Cloud mieten und sagen, so, ich habe jetzt mein Projekt von irgendwas fertig, jetzt muss das gerendert werden und zahlt dann natürlich pro Stunde oder pro Tag oder pro Rechenzyklus, wie auch immer, aber eben auch nur so lange, wie man es auch nutzt und hat dafür keine Boxen rumstehen ungenutzt, die man verkabeln muss oder so und kann so viel Leistung quasi dazu kaufen, wie man braucht. Das stimmt. Das geht aber dann nur, wenn man es in der Cloud hat, nur für Rendering, KI, Zeugs und sowas. Es gibt ja auch Cloud Gaming. Da gibt es ja auch verschiedene Anbieter. Google hat Stadia ja gerade wieder eingestellt. Ich weiß nicht, ob es technische Probleme gab oder ob sie einfach nicht genug Geld verdienen. Google stellt ja auch mal Dinge ein, die gut funktionieren, wo die Anwender dann sagen, ach du jemini, warum denn nur? Aber da gibt es immer noch ein paar Anbieter, die, wo man einfach sich ein PC, auch einen kompletten PC in der Cloud mieten kann, auch sehr leistungsfähigen PC und das dann auf sein Gerät streamen. Da kann das dann natürlich auch ein super leistungsschwaches Gerät sein. Muss ja nur einen Videostream anzeigen und Eingabebefehle entgegennehmen. Und das Internet muss halbwegs schnell sein. Das muss dann erstreckend schnell sein, ja. Genau, also über Mobilfunk wahrscheinlich nicht, aber Glasfaser, DSL, Kabel wird gehen. Ja, wenn man einen schönen 5G-Vertrag hat, dann sollte das auch gehen. Wenn man jetzt nicht unbedingt E-Sports-Spiele spielt, wo es wirklich auf die letzten Millisekunden Latenz ankommt, aber so Aufbauspiele, Civilization oder solche Dinge, da sehe ich keine Probleme, auch mit Mobilfunk-Anbindung, wenn man halt eine Flat hat. Dann spricht ja generell wenig gegen die Mini-PCs, wenn man die Grafikkarte, wenn man eine braucht, noch auslagern kann. Habt ihr selber Mini-PCs oder komplette? Ich hab sowas genauso in der Sk-Mini als Heimserver mit drei SSDs drin. Also alte, die ich halt noch dann ersetzt habe und ja, funktioniert einwandfrei. Mein Rest der Media-PC, der aus alten Resten von vor vielen Jahren zusammengebaut ist, der will einfach nicht kaputt gehen, aber wenn er mal kaputt geht, dann kommt definitiv auch so ein, also ich liebäugle mit so einem ganz kleinen Passiven, den ich dann wirklich hinter den Fernseher schrauben kann. Privat habe ich keinen, aber oben am Arbeitsplatz habe ich einen Mac Mini mit der ersten M-Generation und das macht einfach auch Spaß damit. Der ist leise, der ist flink, fehlt nicht viel, finde ich. Ich hatte bis vor kurzem einen Mini-PC zu Hause, aber was mich dann gestört hat, ist, dass ich nur am Monitor alle meine Daten dann da habe und deswegen bin ich doch wieder zurück zu einem Notebook gegangen, wo ich dann, egal wo ich sitze, immer alles an Videos und Bildern und so weiter dabei habe. Du bist also dazu übergegangen, deine Tastatur und deinen Monitor immer mit dir rumzuschleppen. Genau. Nee, ich habe sogar eine Dockingstation, wo ich das Notebook und die Dockingstation ist auch dreimal so groß wie ein Mini-PC. Platzlich ist es keiner wenn auf den Notebook umzusteigen mit Dockingstation. Okay, cool. Vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Wenn euch das gefallen habt, freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert auf den Diensten, wo ihr uns hört und nächste Woche wieder reinschaut oder reinhört. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschau. 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 Vielen Dank.